Der Vater hat die schönsten Federn auf der ganzen Welt. Er hat aber auch die hässlichsten Füße auf der Welt. Wenn er seine hässlichen Füße sieht, dann ist er gleich sofort ganz klein und ganz dämlich und bescheid. Das Leben ist also fern und alles legt sicher aus? Genau. Wir haben uns entschlossen, uns zum Buddhismus bekehren zu lassen und wir glauben ganz fest jetzt an die Wiedergeburt. Ach, fährst du durch die Welt, um Fahrrad zu fahren? Nur dahin, wo es Berge gibt. Das ist der Tourmalé, der fehlt mir noch. Das ist mein großer Traum. Wenn wir Herrn Somners Leben retten wollen, dann müssen wir das linke Bein amputieren. Ist du mir sehr leid. Sag nur, du hast eine Krise. Ich habe keine Krise und es wird auch keine Krise geben, okay? Du klingst schon fast wie meine Freundin. Ich will nicht mehr allein reisen, sondern mit dir. Jemand, der später meinen großartigen Geschichten widerspricht. Ich brauche deine Hilfe, um den Berg aller Berge zu erklimmen. Ich hoffe, du kommst, denn ich glaube, ich glaube, ich liebe dich. Ich hoffe, du kommst, das sacred. Ich hoffe, du kommst, aus.